ARD Text im Auftrag von Jetzt ist er da immer noch bei uns in der Schweiz, ja ja, ist ja nieignoß. Hm, er schmeckt von da so fein, ja ja. Geht mir grad doch mal drauf mal schauen, ja ja, ja. Was ist denn das, der türkische Falafel? Hm, mhm, mhm, rassig, hm. Du bist ja eine grosse rassistische Knüchwebendise. Komm mal runter, der junge Schnuffer, komm mal runter, komm. Ja, was ist denn? Jetzt sage mal, nein, du bist ja auch ein Ausländer. Komm für die Tami noch mal, dann sind wir ja nicht sicher. Hey, das ist zum Davorlaufen. Nein, das ist echt zum Davorlaufen. Gott, die Tami noch mal. Das kann es doch effektiv nicht sein, oder? Als ich noch ein junger Schnuffer gewesen bin, haben wir natürlich noch kein... ...nach kein so seich Coronavirus gekommen, gell. Und jetzt mit den ganzen Kipp-Abständen, Falafel und den ganzen türkischen Sachen, da musst du dich ja nicht wundern. ... 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 Ich spreche, junge Schnurfer. Mit dem ganzen Kokainhandel, Drogenrausch, was da rumhängt, die doppelte... Nein, das ist zum Katzen. Warum du so spreche ich lange hier? Ja, schau mal. Ja, man versteht ja kaum. Dann geht verdammt nochmal. Lass mal zu. Ja, was habe ich denn jetzt gemacht? Zeig es mir so. Also, ich weiss auch nicht, was ihr junge Schnurfer dem Kopf habt. Aber ich bin da schlafen, Gopfer Tamina. Schleifzeig doch der Gopfer Tamina, oder? Hm... Ja, aber du siehst natürlich effektiv nicht aus wie die Dütze. Nein, das können wir nicht machen. Nein, 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 nein. Aber ich bin doch hier aufgewachsen, Gopfer Tamina. Nein, das kann doch effektiv nicht sein. Das meinst du, oder nein? Die Hände Das meinst du, oder nein, nein? Die Hände Das meinst du, oder nein, nein? Das meinst du, oder? Nein, nein, nein. Das meinst du, oder?